Hallo meine Süßen! Ihr wolltet mal meine ganzen Bronzer sehen, deswegen zeige ich euch jetzt meine ganzen Bronzer-Sammlungen eigentlich, also alle meine Bronzer. Und möchte euch die jetzt mal, wie gesagt, alle zeigen und möchte so ein paar Vorteile und Nachteile nennen und welche ich am liebsten mag und ja, auch so ein bisschen was für helle Häutchen. Und ich hoffe, das Video gefällt euch und dann fange ich jetzt mal an. Und zwar zeige ich euch jetzt mal den neuesten Bronzer, den ich habe, den ich eigentlich jetzt nur noch trage. Das ist der von Basic Concept. Den gibt es bei, bei uns gibt es bei Woolworth und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo es das noch gibt. Und das ist so ein Bronzer, der aber auch so Rosa-Anteil hat und Champagner-Anteil. Und ja, der ist wirklich sehr, sehr hübsch. Der hat keinen Rotstich oder sowas und hat eben noch so einen Schimmer mit bei und ist sehr, sehr gut für helle Häutchen gedacht, finde ich. Das ist jetzt die Nummer 1 und die hat gerade mal 3,49 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, ist wirklich ein sehr, sehr schöner Bronzer, trage ich heute auch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gibt es im Douglas Terra de Sol. Und ich stehe meistens, also der ist jetzt so ein bisschen schimmrig, aber ich trage auch sehr, sehr gerne matten Bronzer. Und da ist der von Terra de Sol, die Nummer 2, sehr, sehr gut geeignet. Der hat so einen ganz, 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 ganz leichten Orangestich, aber es geht wirklich noch. Also hat wirklich einen ganz, ganz leichten Orangestich drin. Es sieht jetzt vielleicht in der Kamera sehr Orangestichig aus, aber im wahren Leben ist der kaum Orangestichig. Und der ist wirklich auch sehr, sehr schön. Auch wenn man ihn leicht aufträgt, sehr, sehr gut für helle Häutchen geeignet. Und ich liebe ihn. Die anderen sind jetzt von Terra de Sol alle ein bisschen, mir ein bisschen zu schimmrig. Und ja, der ist wirklich gut geeignet. Der kostet gerade mal auch 6,95 Euro oder so, also auch sehr günstig. Dann habe ich hier einen von Astor, der ist, soweit ich weiß, auch matt. Das ist die Nummer 03 Terrasan. Und der ist mir dann aufgefallen, der ist ein bisschen rotstichig, glaube ich. Ne, auch nicht. Ne, der ist auch nicht rotstichig. Vielleicht ein kleines bisschen. Das ist dieser hier. Gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Und kann ich euch auch nur empfehlen. Der ist aber, genau, der ist ein bisschen orangestichig. Ja, genau. Seht ihr ja im Gegenzug zu dem Terra de Sol. Gefällt mir aber auch ganz gut. Dann habe ich einen von Elf. Das ist dieser Blush in Bronze aus der, wie heißt diese Reihe? Studio-Reihe. Genau, und der hat eben auch Schimmer mit drin. Aber auch nur ganz leicht. Und der ist wirklich, ja, überhaupt nicht rot oder orangestichig. Das ist wirklich ein wunderschönes, ja, braun. Und der ist wirklich sehr, sehr toll. Also ich liebe den total. Aber den kann ich auch nur im Sommer tragen, weil der wirklich sehr, sehr dunkel ist. Also für sehr, sehr blasse Häutchen wie mich ist er eigentlich nicht so gut geeignet. Also ich muss da wirklich schon sehr, 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 sehr stark verblenden, dass ich den tragen kann. Deswegen trage ich ihn auch meistens im Sommer oder wenn ich abends weggehe, wo man das dann nicht mehr so arg sieht. Da trage ich ihn auch sehr, sehr gerne. Und das kostet auch nur 4,49 Euro. Dann habe ich hier das Contour-Kit von Sleek. Und da benutze ich auch diesen als Bronzer. Und das ist die Farbe Light. Also das ist die hellste Farbe. Und da ist der Bronzer wirklich auch sehr gut geeignet. Ich swatch den mal drunter. Hat auch überhaupt gar keinen Rotstich mit drin. Ich mag das ja gar nicht, wenn ihr Rotstich mit drin habt. Das ist dieser hier. Und wie ihr seht ist der auch viel heller als der von 11 und dadurch auch sehr, sehr gut geeignet. Der ist aber ein bisschen teurer. Der kostet 8 Euro oder so. Aber finde ich auch sehr, sehr schön und ist auch matt. Und kann ich euch auch auf jeden Fall nur empfehlen, da er auch überhaupt gar keinen Rotstich mit drin hat. Ja. Also den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Von Sleek ist das. Das Contour-Kit. So sieht es aus. Die Farbe Light. Von 11 ist das. Also dieser hier ist von dieser Blush & Bronze Reihe. Mit diesem Blush noch mit drin. Und wie ihr seht, ich habe ihn schon sehr, sehr häufig verwendet. Das ist dieser hier. Eher für ein bisschen dunklere Hauttypen. Dann ist der hier der von Astor. Natural Fit Sun Bronzer nennt er sich. Da sind auch 14 Gramm drin. Da kostet auch nur um die 5 Euro oder 4 Euro. Also auch sehr, sehr gut. Und ist die Farbe 03 Terra Sun. Die anderen haben mir jetzt nicht so gefallen von der Farbe her. Dann, wie gesagt, der von Terra de Sol. So schreibt sich das. Ist die Nummer 2. Das ist dieser hier. Und zum Schluss der von Basic, der Nummer 1. Der ist, wie gesagt, sehr, sehr schimmrig und nur ein ganz, ganz leichter Bronzer. Es gibt wirklich nur so ein bisschen Farbe. Ich versuche euch das jetzt mal irgendwie mit einzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr da viel erkennen könnt. Es ist halt mit viel Schimmer, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und hat auch, wie gesagt, keinen Rotstich und so drin. Ja, das war's jetzt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu meinem Bronzer habt, dann schreibt sie mir doch unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr über Video-Wünsche freuen. Und wenn ihr mich natürlich abonnieren würdet und auf Gefällt mir drückt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.